Chat, wollen wir wirklich den geilsten Teil des Videos gucken oder nicht? Also ich bin ja nicht ganz sicher. Oh, es läuft schon. Ah, mein Phone ist halt. Okay, we're up. It is. Kurze Anwesendungskontrolle. Kannst du meine Stimme hören? Hallo, hallo, hallo. Das ist vorhin nicht witzig, was in den Chat reinschreiben, weil manchmal vergesse ich, dass ich Zuschauer habe und dann hilft das mir irgendwie, dass ich tatsächlich glaube, dass... Okay, cool. Hi. Okay, Chat, das ist der geilste Teil vom Video. Aber gleichzeitig der schwitzigste. Also wenn ihr versucht zu schlafen, Chat, ich kann euch garantieren, ihr werdet euch das gleich nicht schlafen können. Nope. It's time to climb. Meine Wäsche habe ich gemacht, ja. Alles in den Procken gerade. Klasse. There is like two towers in between Duga 1 and Duga 2. The same height as those individually, but they're not connected. Everything here is connected. What is this? Ah, this was an elevator. Okay, let's do this. Ich sag mal so, ich würde wohl auf Duga klettern über die Leiter, Chat. Aber ich würde nicht so weit gehen wie er. Ja, wenn ihr versteht, was ich sage. Logischerweise. Ich mag mein Leben. Ja, das ist der elevator. Ich stehe irgendwie immer so um 4, 5 Uhr morgens auf oder so, ne? Damit die quasi sofort das Sonnenlicht mitnehmen. Krass, ey. Chat, das was wir sehen, das was wir sehen, ist quasi ein Relikt des alten Zeiten, ja. Als quasi die Sowjetunion früher, ganz früher, Chat, damals, quasi so eine Art Raketenfrühwarnsystem gewesen. Als es noch keine Satelliten und so weiter gab im Erdumlaufbahn, die quasi da irgendwas beobachten können oder andere bessere Abwehrsysteme, war das eins der ersten, ja, Sachen quasi, um zu detektieren, ob eine Langstreckenrakete auf dich fliegt oder nicht. Und es ist ganz sinnig, das neben einem Atomkraftwerk zu platzieren, glaube ich. Ja. Cooling Tower and Reactor 5. Musst du es mal googlen, da gibt es coole Videos, die das richtig erklären, wie das Ding funktioniert hat. Ich kann es auch nicht wirklich erklären, ganz ehrlich. Aber irgendwas, irgendwas Strahlung. Irgendwas, irgendwas Hemisphäre, abgeleitetes Strahlen, wieder nach unten, Rakete detektiert. Oh, die Leiter ist der Ende. Okay, Chad, ich setze mich schon mal ein bisschen weiter weg, weil ich kann das nicht von so nahen sehen. Viel Erfolg, so nah, wie ihr sitzt. Ey, Chad, lass mal Duga hochklettern. Was soll passieren? Aber wie wär's, wenn wir uns nicht zufrieden geben mit Duga hochklettern und nur ein bisschen krasser werden? Willst du was machen? Komm, das ist safe, da kann nichts passieren. Hände sind am Ölen, Chad. Sie sind gut, ich schmier die Hände. Es steht auf einem von diesen Dingern hier, Chad. Da drunter ist nichts. Das ist nur so ein langer Steg, der davon gehalten wird. Oh, sie sind noch fliegen. Kann jemand googeln, wie hoch Duga ist, Chad? Wie hoch oben der gerade steht? Hallo, Anton. Will das in Instagram pluggen? 200 Meter sagt er. Guck dir das an, Alter. Wo er da steht, Chad. Hier, ich mach mal kurz die Facecam zur anderen Seite. Guck mal da, Chad. Es ist einfach nichts. Nichts drunter. Nichts. Monka, Alter. Oh, boy. Ah, ich fiss der nicht noch. Das ist nicht cool. Das ist das Gegenteil von cool. Das ist so unglaublich angsteinflößen. Ja, ich will die weiße Sachen ausprobieren. Ich will die weiße Sachen ausprobieren. Was könnt ihr damit meinen, Chad? Welche weißen Dinger will er ausprobieren? Ach, die. Oh, da führt ein Weg hin, richtig? Oh, da führt kein Weg hin, aber ein rustiges Rohr in 150 Meter Höhe. Ach so. Der Pattern hier ist verrückt. Kratsch walk because the wind is so strong I don't want to stand on this bitch. It is a long way. Hm, 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 hm. So smooth. Hey! Okay, this is great! Psch! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bye bye Duga! Das war schrecklich! Tschüss Duga! Hast du gesehen, wie viel radiation war da? No! Anton sagte, wir haben nicht gesehen, aber er sagte, dass es nicht viel radiation war. Also das ist gut, glaube ich. Aber sicher, nicht viel ist. Fack, 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 fack! Fack, 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 fack! Fack, 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 fack! Fack, fack, fack... Ok... W-W-W-Wenn rennen wir? Rennen wir für die Spannung? Oder rennen wir weil irgendwas passiert? Weil ich seh nichts. W-W-W-W-Wenn! Was ist der Tür? Der Tür ist der Tür. Ich habe ihn gesehen. Der Tür ist der Tür. Ich habe ihn gesehen. Das war so in der Tür. Okay. So, of course he was right about security. That's why I gotta trust him. We got a way. About a kilometer away. They might search. That's why we're gonna try to pick up a pace in a bit. When the path clears up. Ja, danke Brabus X. Du bist mein Lieblings-Tuner. Und danke Jul. Wie einreist. Dankeschön Jungs, man. Guck mal. Und das ist das wirklich Verdächtige. Was ich nicht, worauf ich euch ansprechen wollte. Guck mal. Die ganze Zeit werden quasi nur Szenen aneinander gereiht. Und jetzt kommt ein Text, der uns sagt. As we were walking towards the closest road. The security slash military ambushed us in front. Als wir quasi auf die nächstgelegene Straße zugelaufen sind. Das ist die Sicherheitsmänner slash Militär. Da hat uns vor uns einen Hinterhalt gestellt, steht da. Okay? Und jetzt kommt diese Szene. Alleine. Er läuft alleine durch den Wald. Vielleicht sind die anderen hinter ihm, aber ich hör sie nicht. Er rennt weiter. Alleine. Alleine. Da sind die anderen beiden. Die nicht rennen. Keine Ahnung. Ich find das irgendwie eigenartig. Also wenn das quasi für die Spannung da ist oder so. Aber nach all der ganzen Scheiße, die er gemacht hat, könnte es auch real gewesen sein. Man konnte es noch nicht filmen. No road. Fuck. Another road. So, it's been about, at least another kilometer. And we still heard him yelling behind us. So he's still chasing us, he's the Amber one. Then Tan said, there might be Army also. As you can see we're still in Dugu territory. The motherfucker's so persistent, they're not getting caught. Now we're taking grabs to bring from the outlet and stuff fucking after us. Anton sagt, wir sollten hier stoppen, weil vorhanden sind die Powerlines. Und er, Anton, wird uns nicht hier schießen. Er wird zurück und versuchen, uns auf die Powerlines zu kümmern. Wir werden es hier warten, hoffen, dass mehr von ihnen von dort her kommen. Es tut mir leid, aber wir sind auch verdammt. Sie sollten das faken. Er redet ständig von einer Gefahr. Wir sehen die Gefahr nicht und am Ende werden wir mit der Gefahr konfrontiert. Das ist das Rezept für jedes meiner YouTube-Videos. Ich rede am Anfang über irgendwas, was wir machen. Ich rede über eine Gefahr. Wir machen das, was wir machen sollen und die Gefahr taucht auf. Und dann wird das Video viel geklickt. So funktionieren fast alle YouTube-Videos. Vor allen Dingen alle Shorts. Shorts sind immer, hey, heute habe ich mir vorgenommen, das und das zu machen. Und dann zwei Sekunden später siehst du, was die machen. Oh ja, es ist sehr gefährlich. Uns könnte das und das passieren. Zwei Sekunden später passiert das. Das ist quasi mit Ankündigung. Du wirst vorbereitet als Zuschauer, auf was passiert. Und dann deliverst du quasi. Verstehe mich nicht falsch, steht. Aber da ich ja quasi auch mal ganz, ganz, ganz aktiv YouTube-Videos gemacht habe, das ist quasi das, was du machen musst, um eine Instanz-Video zu machen. Spannungsbogen einbauen. Okay, der hat den Müll einfach im Wald versteckt. Was denkt ihr, wo die ganzen Pakete gelandet sind, die er gegessen hat, Shad? Die ganzen, die ganzen Nudelpakete, die ganzen Flaschen und Snack-Sachen und so. Wo haben die den Müll mit dabei und bringen die den dann weg in Kiew später? Keine Ahnung. So, right now we're heading towards the road. We're worried that in the road he might try to cut us off, but unless he waits there, there is no way he knows when we are going to go cross it. So, we're going to follow the road, four, four kilometers. The footprints don't seem fresh. Okay, we got about three more kilometers of this road to go. Pretty damn terrible. Everything seems calm so far. We're about seven kilometers away from Duga. Ich sehe kein Pferd. Ich sehe kein Pferd. Ich sehe kein Pferd. Ich sehe kein Pferd. Wenn er hier ist, dann gibt es noch mehr. Wir gehen einfach und gehen, da ist ein random Pferd in der Mitte der Straße. Gehen wir vor uns? Oder warten wir? Ich weiß nicht, es ist sehr gefährlich in der Pferd. Es ist sehr gefährlich hier. We're going off the road? Yes. Okay. It means we're not chased anymore, but we got a new enemy. We're gonna chill here, cook some food, drink, wait for the horse to leave because probably we're gonna be heading further through the forest. Over forest and... I was thinking that. Fucking military. We evaded the military, but now fucking wild animals are a problem like I mentioned. Hopefully the horse fucking ran away. We got about seven hours of walking left. About 25 kilometers till we're out of the zone. It's gonna be quite the journey. The thing I'm worried about apart from all the animal shit is that we're gonna have to walk on an active road. We are gonna go back to the road. We walked it in nighttime, there was no cars, but now in daytime there are gonna be cars, so we have to be very aware. The road is like 10 kilometers away, it's quite far away. But yeah. Gonna eat now. Apropos, I've never drunk yet. Do you have water to drink? Water. Water. Not beer. Water. This is the marking of the exclusion zone. This is 30 kilometers away from the reactor, and every 10 kilometers stretches of barbed wire to mark levels of radiation. If it's 30 kilometers, we're three levels away. Look at this. Electricity. And it was electrified. Yes. Yeah, it's still going. So it was like a fence. It wasn't just laying on the ground. And there's some writing there. Can't really make it up. Cool. We're passing one abandoned village right now. I thought that this is the village with no name. Because during, like, its functioning years, it did not have a name. Interesting. There was one bottle of water. And what looked like a military raincoat? Sleeping bag? I assume. It has been very recently used by some stalkers. That is fucking interesting. It keeps going. There's quite a lot of abandoned buildings here. The village with no name. Right now we're still on a mission to get to the main road. It's like a bit below 10 kilometers right now. Alright. Keep walking. Apparently the village with no name. There's a cemetery. Hopefully with some names. Check. Couple of graves. You know what I mean? Yeah, there's a photo. 1929. Oh, it's 1904. Thank you. 10 months bro. Promises are just like 80. Well, people have names. There's a meter? 12 right now. So we're back in the safe zone. The worst we had was getting closer to pre-pet through the red forest. That was some spooky shit. Yeah, that was 2k. Yeah. 17. Easy. Man merkt, Chad, dass sie so gut 80, 90 km auf den Füßen haben. The one that we are kind of nervous about. They drive by here like quite a few times a day. We're gonna have to walk about one kilometer. Really gotta listen and check back often. Okay. Alright, so we're off the main road. It's all good, all clean. Now, pass the first abandoned village to the river. Out of the zone. Maybe two, three more hours. It takes only 2-3 hours to walk. This is the abandoned graveyard. Thank you, Janice. Two months. We're taking out at night on the first day. Doesn't that sound contradicting? Anyway, these first graves, they're so clean. Somebody could take flowers, colored the crosses and stuff. Came and took care of it. We're about 4 kilometers away from the river. I can't fucking wait to get in that river. It's gonna be so damn good. From the river, we got about 2-3 kilometers until taxi. Easy. Gonna take a break. Yeah. Keep on going. I'll ask you again, Chad. Could you imagine yourself this road? Or this journey yourself? Rain now, from the körperlichen Constitution and so? From the power behind? In this race, this was 3-3 Horns we went in again on that first day in the night. You know, everything looks a lot less mysterious than daytime. I was just like, get the fuck back and get this overrun. Vielleicht jetzt schon. 2020 nicht, aber jetzt schon. Aber wie gesagt, Pripyat und Tschernobyl und Ukraine und so weiter ist komplett vorbei erstmal. Zumindest für mich. Ich möchte nicht sterben, shit. Ich möchte Abenteuer erleben und nicht sterben. Let's go. Denk dran, shit, das ganze Gebiet, wo die da herlaufen und so weiter, ist jetzt neuerdings vermint. Und es gibt auch ein paar neue Schützengräben. Das hilft allerdings nicht. Ganz im Gegenteil. Ich möchte nicht auf eine Mine treten. Das ist dann fucking cool, ja. Warum? Ich glaube, die einfachste Antwort darauf ist, weil Leute dort hingegangen sind, mit dem Befehl Schützengräben zu gräben und Minen zu legen. Anders kann ich dir das nicht beantworten. Willst du wieder trinken? Ja. Ich weiß nicht, warum. Michael Lägg. Das ist toll. finde ich in deutschland überhaupt genügend zusammenhängende natur um zum beispiel 60 kilometer zu wandern oder 30 vielleicht im bayerischen wald oder so und dann über die grenze ins andere land im kreislauf nein nicht kreislauf deutschland ist einfach zu klein wir brauchen ein paar mehr wälder es war seit beginn des videos nicht da warum ist da so viel security in polizei ist das schon zu der zeit wo der krieg begonnen hatte das ist einfach nur ich glaube mit chennaval ist eine art touristenattraktion und mit einer touristenattraktion macht man dann am meisten geld wenn die touristenattraktion immer gleich bleibt wenn stalker zum beispiel nach pripyat gehen so ganz unkontrolliert wandern durch die wälder dann kann die art touristenattraktion sozusagen gefahr kommen was wenn die da irgendwas kaputt machen oder so und dann können keine touristen mehr dadurch schieben also ist das alles privat chat und da ist die polizei und das militär passt auf dass niemand die touristenattraktion kaputt macht und gleichzeitig verstrahlt wird und so weiter also in antworten da ist so viel security weil da ist so unglaublich viel kohle mitzumachen mit dem ding so after that we are officially out of the zone believe it or not there are people living here we're back down that house further you hear some dogs that was we're gonna transition now we're going towards the meeting point for the taxi hopefully dude's gonna be there i'm dead boy we're going towards the meeting spot dude's gonna come in 30 minutes because up to the bus station to get to kiev that's the plan das ist keine touristattraktion außer mit stalker guides touren illegal machen gehst du nicht rein ja es gibt ja legale touren und dann ist es wieder eine touristattraktion hell of a fucking adventure so the background radiation here is 14 i'm just checking my backpack shoes i seem checking it's gonna be the same nice that's a taxi we're in civilization gonna go to the store gonna get some food done So fing alles an mit Chai-Chat, so fing die ganze Legende quasi an mit dem Video-Chat, vor allen Dingen natürlich mit der Szene hier, klar. Die Szene ist krass, ganz einfach, aber ja, das war das Video-Chat. Das letzte Mal, dass wir uns das angeguckt haben, war glaube ich vor zwei Jahren oder so. Und heute haben wir es dann nochmal angeguckt, Chat. Einfach nur so, weil ich hatte einfach mal wieder Bock, das Video zu sehen. Hat sich gelohnt, meiner Meinung nach. Wie hat es euch gefallen, Chat? Ich glaube, jetzt alle eine Tour nach... Ah ne, wir planen ja keine Tour mehr, weil da sind ja überall böse Sachen jetzt. Naja, immerhin hat Chai uns gezeigt, wie es mal aussah, Chat. Wisst ihr, dass Chai uns quasi damit konfrontiert, Chat, dass sich Zeiten ändern. Wisst ihr, was ich meine? Zu dem Zeitpunkt, als Chai da war, war es kein Problem. Er konnte easy Urlaub machen. Und heute hat sich die Zeit geändert, Chat, und es ist absolut unmöglich, da jetzt mal eben hinzufahren. Und das ist eine schöne Erinnerung, aus allen Seiten. Jo. Okidoki, Chat. Es ist Donnerstag, richtig? Das Ding ist, Chat, es ist Donnerstag und morgen ist Freitag, und ich streame niemals Freitag. Das würde bedeuten, dass ich mich jetzt sozusagen von euch verabschiede für mehrere Tage. Chat, ich muss es so sagen, die letzten drei Streams, die ich gemacht habe, die beiden Squad-Streams plus Tarkov plus heute, die letzten vier Streams, um genau so zu sein, waren alle geil, Chat, Alter. Ich glaube, ich finde tatsächlich meinen fucking Rhythmus wieder. Es macht tatsächlich wieder Spaß zu streamen. Es macht auch einfach Spaß, mit euch wieder zu reden und so weiter. Ich verstehe mich nicht falsch, Chat. Ihr habt euch nie geändert, weil ich hatte da irgendwie, wer weiß welche, komischen Flausen im Kopf oder so. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass ich quasi wieder live gehen kann, ohne dass irgendwie die Bad-Feels kommen, sondern die Good-Feels. Dankeschön, dass ihr, äh... Ganz ehrlich, Chat, danke, dass ihr mir beigestanden habt. Weil teilweise habe ich echt scheiße Streams gemacht und ich habe mich benommen wie ein fucking Idiot, Alter. Ich will mir selbst dabei teilweise nicht zugucken, und ihr wart trotzdem da. Dankeschön, Chat. Ein bisschen Pipi im Auge gerade, ganz ehrlich. Ja. Dunhubler, danke auch noch für ein Reset. Dankeschön. Ja, Chat, dankeschön. Variety tut mir gut, beziehungsweise allgemein zu streamen tut mir jetzt die letzten vier Male wieder richtig gut. Ich behalte das positive Mindset bei, Chat, damit wir weiter darauf zusegeln können, quasi Streams zu machen, wo wir was erleben, was ich möglicherweise sogar wieder als YouTube-Video hochlade. Und wieder kurz davor, Chat, wieder Kreativität zu fassen. Ich bin auch deutlich zufriedener mit mir so. Ja, Mann. Ja, Mann. Dankeschön nochmal, Chat. Hier. Danke an alle. Jede einzelne Person, die ich hier sehe, Chat. Jede einzelne Person. Mehr Leon. Mehr Zirado. Fucking Pepsi-Trinker. Wer ein YouTube-Video postet. Eins pushen. So viele Leute. Danke, Mann. Danke, danke. Doppelt danke. Dreifach danke. Ein Juni, danke, Alter. Okay. Okay, okay, Chat. Lass uns aber für heute Feierabend machen, okay? Sport tut mir gut? Auf jeden Fall. Deswegen will ich auch permanent am Schillen, Boys. Come on, ey, Chat. Geh auch mal ins Gym. Komm schon. Trainier eine Runde. Es tut dir gut. Egal, was es ist, Chat, mir geht es auf jeden Fall gut. Mir geht es besser, vor allen Dingen auch als vor vielen Monaten. Und ja, ich freue mich schon auf den nächsten Stream, Chat, Alter. Aber für heute ist erst mal Feierabend, okay? Okidoki.